Manche Menschen kämpfen ein Leben lang. Männer und Frauen, die den Krieg bekämpften, mit keiner anderen Waffe als ihrem Leben. Wir möchten sie alle für einen Tag umarmen. Aber auf eine Umarmung werden wir verzichten müssen. Dieser Film ist Aung San Suu Kyi gewidmet, Friedensnobelpreisträgerin und Gefangene in ihrem eigenen Land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017